Große Freude bei den Reality-TV-Fans Maurice Czivak, den viele aus Stern das Sommerhaus der Stars Stern kennen, hat eine riesige Ankündigung gemacht. Er wird zum ersten Mal Vater. Auf Instagram verkündet der 26-Jährige die freudige Nachricht auf besonders emotionale Weise. Tief in uns wächst ein kleines Leben heran. Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Leandra teilt Maurice ein Bild, auf dem er liebevoll ihren kleinen Babybauch küsst. Die Glückwünsche seiner Fans und Freunde lassen nicht lange auf sich warten. Unter dem Post stapeln sich Kommentare wie, es wird ein Löwe, herzlichen Glückwunsch, oder oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Auch Serkan Javuz, Reality-TV-Star und guter Freund von Maurice, gratuliert herzlich. Für viele Fans kommt diese News besonders überraschend, da Maurice erst im Mai seine Beziehung zu Leandra öffentlich gemacht hatte. Bis dahin hielt er die Identität seiner neuen Freundin geheim. Jetzt ist klar, der Ex von Ricarda Ratz hat mit der dunkelhaarigen Schönheit Leandra seine große Liebe gefunden und bald werden die beiden Eltern.